Bisschen, was muss noch rein? Oh, voll! Mh! Mhm, mh! Mhm, mh! Mhm, mh! Das ist nur Schokolade. Echt scheiß ist, dass rund 2 Millionen Kinder in Westafrika unter ausbeuterischen Bedingungen den Kakao für unsere Schokolade ernten. müssen. Tu was gegen die Scheiße. Sorge dafür, dass Unternehmen weltweit die Menschenrechte achten und Kinderarbeit beenden. Unterschreibe jetzt unsere Petition unter www.incota.de slash Lieferkettengesetz